Mein grüner Held des Tages ist der Sauerklee. Der wächst bei den Tannen oder manchmal auch wie hier bei der Buche. Man sieht ihn ganz klar, auch mit einem schönen Streifen hier drin, fünfblättrig. Davon nehme ich mir jetzt so ein Kleeblatt. Genau, der Sauerklee. Ist gut fürs Immunsystem, stärktes Immunsystem und ist auch gut gegen Alzheimer, wenn man vielleicht leicht vergesslich wird. Sollte man einfach öfters im Wald laufen und sieben bis zehn Stück essen. Und ist gut für die Lymphen. Das regt die Lymphen an und fördert es dann sofort ins Blut, wenn man das Kleeblatt kaut. Und man soll immer nur eins nach dem anderen essen. Genau, weil die Zungendrüsen bringen dann die Mineralien direkt ins Blut und da tut es dann sein Bestes. Also, einmal essen. Ist reichlich sauer, aber es tut gut, mal was saures zu essen. Also, mein grüner Held des Tages ist der Sauerklee. Vierti, Servus und auf Wiedersehen.